Die Idee meines Lebens war! Ich glaube nein! Oh Gott! Mami! Das war dumm! Das war dumm! Dumm von mir! Dieses zu tun! Oh, die Kerzen kann ich mir noch mitnehmen, ne? Kerzen! Schön! Chicha! Schöne Kerzen! Gut, toll! Durch fünf Wände schießen! Ey Gott, noch da einen soll ich nicht zusehen! Weil, da kommt der Nächste! Kann die dort! Mit Humla Gummibungum! Gut, dass ich so ein Bogenfetischist bin, ey! Habt ihr das gesehen? Der ist gehüpft! Der ist einfach durch die Wand! Sag mal, geht's doch?! I'm a Wand! Wallhacker! Hahaha! Oh, scheiße! Der hat mich geschlagen! Scheiße! Ich hab' mein Zungen da dran! Und ich muss mir an der Nase kratzen! So! Jetzt aber! Ich bin von hinten immer! Guck mal! Der ist sogar Tag und Nacht und so, ne? Gott, ist nachts hier mehr los! Pfff! So! So! Wir könnten jetzt natürlich zurückgehen! Ähm! Komm! Ich bin da durch! Also, dann will respawn die alle oder? Ähm! Weiß nicht! Weiß nicht! Ich muss grad dran denken! Ausrufezeichen! Ausverkauf! Ach! Herrlich! Heroes of Bite and Magix! Kann ich auch nur empfehlen! Für alle RPG, äh! Lieber Armer! Die so ein bisschen auf Rundenbasierte stehen! Also richtig Classic! Ja! Ähm! Ist ja auch 8-Bit! Und so weiter! Aber ein schönes 8-Bit! Du siehst! Es gibt, äh! Auch nicht so schöne 8-Bit-Spielen! Leider! Wobei! Naja! Ich muss sagen! 8-Bit-Armys und so! Ist auch sehr schön! Wann diese Wand nicht hoch? Wie? Vielleicht ist das auch so? Eins! Eins! Haha! Das bringt gar nichts! Obwohl! Warte mal! Hatte ich gerade die falsche Werkzeug? Ey! Das war ja ein Witz! Eins! Ich hab denen gerade einen Schaden gemacht! Das ist ja mehr als nix! Nämlich gar nix! Ja! Oh! Und das war's damit! Boah! Oh! Entschuldigung! Aber! Es ist halt! Kann ich auch nix für! Oh! Sind da Betten? Sind da Betten? Kann man die abbauen? Kann man die? Oh! Yeah! Ich will ein Bett! Ähm! Oh! Oh! Das Inventory ist viel zu klein! Warte mal! Einen davon haben wir noch! Ey! Das gegen ein Bett brauche ich definitiv aus! Geht! Geht! Ich sag nicht! Ein Bett brauche ich mehr Platz! Oder irgendwas! Was? Ähm! Eist Trinks! Ulle! Kralala! Ja! Mal eins! Wollen wir ein Bett schmeißen? Kann ich das Bett aufheben? Ja! Hä? Jetzt hab ich's! Da haben wir überhaupt nichts zu tun gehabt! Na gut! Dann! Stonewalls! Für Kazooja auch noch ein Bettchen! Ich glaub ich kann zwei. Ne! Das sieht nicht so gut aus! Oh! 33 Knochen! Was soll ich damit? Mann! Irgendwie was? Mann! Kann ich die Knochen in die Hand nehmen? Was soll ich damit? Okay! Ich kann auch Knochen einfach wegwerfen! Das ist eine Möglichkeit! Also ich glaube die Knochen sind mehr wert als Steine! Okay! Warte mal! Dann nochmal so hier! Das steht ja schon wieder der nächste Fritz! Fritzi! Wie geht's denn so? Und noch ein Knochen! Alter! Wie viele Knochen kriegen wir denn hier? Ja! Wahnsinn! Ah! So! Ich würde aber gerne noch mal wieder aus der Lunch noch ausgehen! Hm! Ich weiß! Komm mal lenken! Danke! Okay! Dieser Tisch! Der ist mega! Hallo! Kollege! Egal! Ich finde das schön, dass man die so strategisch rausziehen kann! und dann gehen! Och jo! Ping! Pong! Peng! Und das Lime ist total! Ich bin gespannt, dass hier noch mehr sind! Vielleicht gibt's noch einen Bären! Jetzt kann man die Bären eigentlich... Okay. Oh, hi Slime. Okay, mit zwei Stegen ist er aufwärts. Slime, aufwärts. Hi Diego und herzlich willkommen zu einem weiteren Ründchen Tinkertown. Jawohl, da sind wir am Ende wieder. Ja, wir machen weiter mit unserem Singleplay. Ich weiß gar nicht, wie man hier laden soll. Doch da, genau, genau. Head Up Willi oder so ähnlich, ich hatte es ja genannt. Ne, Head Up World. Head Up World. Kann ich auch mal bei Head Up Games schauen, was es noch so schöne Spiele gibt. Ja, durchaus, da gibt es sehr, sehr Spiele, die ich auch damals schon gespielt habe und so. Finde ich richtig, richtig nice. Also viele Spiele, was ich leasen. Hm. Ah, kann doch nur, jo, da ist Wasser. Ja, ist da nicht, da ist Wasser, da. Es tut so schön, es tut so schön, es tut so schön weh. Guck mal, wir können auch die Sträucher so mit dem Schwerne, okay. Ja, 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 ja. Ich finde das Spiel toll. So. Aber es gibt auch ganz schöne andere tolle Spielchen. Head Up Game. Und ich gehe mal rein. Ich freue mich wieder, dass es auch wieder ein schönes Spiel für mich begibt, weil sie hat eine lange Zeit, sage ich mal, auch unter anderem Ego-Shooter und die sind nicht so wirklich meins. Muss ich dazu sagen. Aber naja, gut, das macht ja nichts, ne. Also, könnt ihr auch gerne haben und alles. Klar. Läuft doch immer wie geschnitten Brotter durch, ne. Warum auch immer. Irgendwo ist doch immer relativ dasselbe, ne. Haben sie das gefixt? Oh, lol. Das haben die echt gut. Kann sein, dass ich dann langsamer bin. Ein wenig. Äh, ja, was mir aufgefallen ist beim, ähm, Schauen. Übrigens, ich habe jetzt, äh, die, die Musik wirklich aus dem Spiel herausgesaugt und habe es in alle Plädestik. Äh, dabei ist mir übrigens aufgefallen, ähm, es gibt eigentlich Themes. Also, das heißt, dass, ähm, normalerweise das Spiel so agiert, dass, ähm, ja, dass man je nachdem, wo man sich befindet. Also, hier haben wir eine normale Graslandschaft, sage ich mal. Dann gibt es natürlich Wüste und, ähm, soll ich spoilern? Soll ich spoilern? Es gibt auch, äh, noch andere Regionen. Hahaha. Das war gut gespoilert. Und das war mega gut gespoilert. Es gibt noch andere Regionen. Okay. Durch die Wand haben wir gerade durchgeschossen. Warum auch immer. Mal schießt man durch die Wand, mal nicht, ne. Also, es gab mich auch wieder ein Update. Patch. Und, äh, ja, naja, mein Gott. Es ist noch im Early Access und so weiter und so fort. Ja, ihm erfreut den Zugriff, wenn man so schön sagt. Das geht wieder nicht. Ja gut. Hier sind übrigens schon Mauern. Äh, vielleicht soll das so ein Hinweis sein von wegen. Bau doch hier dein Häuschen. Ähm, bäh. Ich baue mein Häuschen, wo ich will. Wenn ich wo du willst. Wobei der Platz natürlich perfekt ist, ne. Im gewissen Sinne. Sei mal. Komm, Mann. Den Baum nicht rum. Geh weg da. Ball im Stück mein Rücken. So. Jetzt. Jetzt rück ich dich mal ein Stück. Ich will mal klickern, anstatt, ähm, die Maus zu halten. Hat natürlich überhaupt keinen Sinn. Woher? Wo ist die? Hm. Ja, übrigens ist es erst, äh, Moment, äh, halb zehn in Deutschland. Wo ist mein Knoppers? Äh, ja. Ähm. Gott, ey. Ich sollte mal irgendwie frühstücken. Irgendwie irgendwas. Irgendwann. Aber naja. So, jetzt haben wir gleich, äh, eine Menge Holz. Oh, oh. Vor der Hütten. Ja, aber ich find's schön, dass sie jetzt auch wieder mal ein paar andere Spiele machen, ne. Sowas hier zum Beispiel. Was mich doch ein bisschen stark an Minecraft Dungeons erinnert. Kann man eigentlich irgendwas mit dem Zelt hier anstehen. Achten. Keremonien abhalten. Achso, ja. Achso, ja. Also, ne, so ein schöner, ein typischer Minecraft-Style Holzfußboden, der muss sein. Es gibt ja hier auch, ne. Wundenfloor. Wundenfloor. Also, ja. Den, den möchte ich dann auch verlegen. Und zwar dahin, wo ich es gerne hätte. Ähm. Wir drohen. Ja, drohen werden wir brauchen ohne Ende. Definitiv. Und, äh, ja, mal gucken. Empty Schilf. Ich weiß nicht, wofür war das. Brauchen ein Regal. Äh. Fuckschilf. Und später verzaubert. Ich weiß es nicht. Äh. Ich weiß gar nicht. Das, das, das interessiert mich auch eben. Und Bird. Äh. Bögel. Barrel. Ich weiß auch nur. Oh, Gott. Wollen wir mal. Hier wird für. Äh. Bonefield. Äh, das hat man schon. Hm. Gut, eine zweite Tür. Genau. Bestimmt gebrauchen. Gleich ist es. Jawohl. Ach, so ein Totem. Ach, die. Ah. Totem Pole. Okay. Da. Wundenfans. Ah, ja. Das ist hier, damit die runter wird. Hm. Okay, und solche Scherze. Okay. Aber ich glaube, das muss man dann mit dem Erze. Oh Gott, da liegt ja eklischer Kram. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob sie das mal irgendwie. Weil jetzt hewes erst. Weil man muss erst irgendwie inventory, äh, da dran 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 dran. Und dann geht's halbwegs. Ähm. So, was weiß man. Plank. Äh, oh. Meine Plank ist eine Planke. Andere ist eigentlich Floor. Vornehme. Alle. Guck mal, Floor wird hier übrigens angezeigt. Vielleicht ist das Ganze auch mein Fehler. Da kann ich's nicht verlegen. Doch, es geht. Das ist schön. Yay. Dancing on the floor. Das ist super. Das ist toll. Jetzt können wir doch. Dann hab ich die Planks. Die Planks sind nämlich wirklich da.